Ich wusste nicht, dass es so schwierig ist. Deine Einladung kam auch sehr spontan. Du, ich kann auch oben warten, bis ihr fertig seid. Nicht so bescheiden, Andi. Du gehörst ja schließlich zur Familie. Ah, Ansgar. Auf deine Anwesenheit lege ich größten Wert. Ja. Ja, äh, wo sind Tanja und Sebastian? Sie müssen jeden Moment runterkommen. Und Hagen und Marlene? Die haben heute auch was zu feiern. Ich will nicht viele Worte machen, aber die letzten Tage und Stunden haben mir etwas sehr Wichtiges gegeben. Den Glauben an unsere Familie. Und das ist vor allem dein Verdienst, Ansgar. Ich glaube, ich habe einfach das getan, was notwendig war. Ja, davon bin ich überzeugt. In Gefahr und Not halten die von Lahnsteins zusammen. Sie haben seit über 900 Jahren der Geschichte die Stirn geboten. Irgendwann allerdings kommt der Moment, wo wir unser Bauchgefühl nicht länger unterdrücken können. Und der Wache, weil nämlich ein Verräter unter uns ist. Bitte, Herr Wollt, die Herrschaften befinden sich gerade in einer Besprechung. Das ist mir egal. Thomas, was ist los? Der Wald stand nicht ohne Grund in Flammen. Es war Brandstiftung. Es war Brandstiftung. Das war Abstand, Mom ein bisschen am motivo. Amen.